Ja, erstmal war es eine riesen Überraschung für mich natürlich. Ich bin vor 40 Jahren aus dem Auto ausgestiegen und nie mehr wieder im Auto gesessen und dementsprechend war ich natürlich heute unheimlich verwundert, als plötzlich mit dem Roland dieses Auto hier eingerollt ist. Das ist für mich eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ich fühle mich heute wieder 40 Jahre jünger. Walter Röhrl war mit seinem Wagen überlegen. Ohne sich voll verausgaben zu müssen, gewann er die 30. Internationale Hessen-Rallye mit seinem Beifahrer Geis Dörfer nach einem teilweise sehr spannenden Kampf mit 2 Minuten und 30 Sekunden Vorsprung. Ein prächtiger Erfolg für Röhrl und sein Team, wenn man bedenkt, dass der Wagen erst zum zweiten Mal im Wettbewerb war. Mein Name ist Kuno Werner. Ich bin seit 1997 bei Porsche und seit zehn Jahren im Porsche Museum als Meister der Museumswerkstatt. Wir vom Museum haben uns überlegt, wo könnte das Fahrzeug nicht authentischer und besser aufgearbeitet werden, wie in der Motorsportabteilung. Darum haben wir uns als verlängerte Werkbank aus dem Museum den Weg gemacht, das Fahrzeug nach Weissach zu bringen. Mein Name ist Oliver Büter und mein Zuständigkeitsbereich ist momentan die Komponentenwerkstatt. Wir haben die Kompetenz hier in Weissach im Thema Motorrevision, Grad bei den historischen Fahrzeugen. Natürlich hat der Kuno dann auch gleich die ganzen Archivunterlagen mitgebracht, dass wir uns ein bisschen einlesen konnten. Und somit war das die Grundlage für Zusammenarbeit und auch für die Restauration von dem Fahrzeug. Wir bauen das Auto wieder auf, weil wir das Jubiläum machen möchten mit diesem Auto. 1981 ist er an den Start gegangen und 2021 ist ein idealer Zeitpunkt. Anders, wie wir es heute kennen, dass man ein Analysegerät anschließt, müssen wir hier auf unsere Erfahrung zurückgreifen, auf alte Kollegen, die uns von der Zeit erzählen und auch damals sagen, wie hat man das eingestellt. Mein Name ist Roland Kussmaul. Ich habe ca. 37 Jahre bei der Firma Porsche gearbeitet, vorgehend in der Rennabteilung. Und ich habe mich jetzt heute hier wieder eingefunden, weil hier eines von meinen Lieblingsprojekten steht. Ja, ich glaube, dass der Walter der Ideale war für das Auto, weil er kein wilder Hund ist, wie man so in der Rallye-Sprache sagt. Also der das Auto in die Ecken reinhaut und querfährt total, sondern er fährt so quer, wie man es braucht, um schnell zu sein. Und dafür war das Auto eigentlich perfekt, weil das Auto einen langen Radstand hat. Passt auch gut zum Turbomotor, wo man ein bisschen vorausschauend fahren muss, weil der Turbo kommt nicht digital, sondern der kommt halt im Übergang. Und dafür war der Walter eigentlich perfekt. Also ich fand es eine tolle Paarung, die zwei. Wir schauen uns den Motor an und wenn der für uns dicht ist und soweit gut ist, dann werden wir die Kraftstoffanlage in Betrieb nehmen, gucken, ob der Motor Zündung hat. Das heißt, ob die Zündanlage in Ordnung ist. Und dann werden wir mal einen Schlüssel umdrehen und schauen, ob das Herz wieder schlägt. Gut, ganz wichtig ist bei so einem Fire-Up, sag ich mal, von so einem alten Motor Öldruck, ganz wichtig. Das heißt, sollten wir schauen, dass wir relativ früh Schmierung haben im Motor, dass wir nichts kaputt machen. Und vor allem, dass alles dicht ist zum Thema Benzin, dass wir keinen Brand haben im Motorraum oder sonst irgendwas. Das sind die wichtigsten Punkte. Da sieht man das Einlassventil jetzt. Das ist in dem Fall jetzt geschlossen. Klingt komplett plan an. Ist überzogen, sag ich mal, mit der leicht russigen Schicht. Sieht aber auch soweit rein optisch gesehen dicht aus. Hat keine Ausbrüche. Würde ich als IO durchgehen lassen. Wir haben alle Riemen gewechselt. Das heißt, den Zahnriemen hier für die Motorsteuerung. Wir haben den Ölpumpenantrieb. Ist auch über den Zahnriemen angetrieben, haben wir gewechselt. Keilriemen. Wir haben die Lichtmaschine ausgebaut, den Regler überholt. Der war defekt. Und sind dann weiter Richtung Kraftstoffanlage. Das heißt, wie man hier sieht, die ganze Kraftstoffleitungen, die vom Tank hinten kommen, haben wir komplett erneuert gegen neue Leitungen. Schauen wir uns noch mehr Technik von dem Auto an. Lass uns den mal hochheben. Schauen wir uns unten mal das Fahrwerk an. Bremsen würde mich interessieren. Fahrwerk interessiert mich. Da ist bestimmt noch einiges zu erzählen. Lass uns das auch mal hoch. Gut. Also wie gesagt, wir haben die Bremszangen soweit demontiert. Haben sie komplett zerlegt. Das heißt, wir haben sie komplett auseinander gemacht. Haben sie Glasperlen gestrahlt. Haben die Kolben überprüft. Wir haben neue Dichtungen reingemacht. Wir haben sie frisch lackiert. Also komplett überholt mit neuen Leitungen. Und sie dann im Prinzip auch abgedrückt mit einer Anlage, ob sie in Ordnung sind, ob sie dicht sind. Mit neuen Schrauben versehen. Neue Bremsbeläge. Und dann im Prinzip auch die Schläuche und Kleidungen. Links und rechts so wird er überprüft. Die Schläuche haben wir sowieso erneuert, weil die 30 Jahre oder 40 Jahre alt sind. Macht keinen Sinn. Und dann im Prinzip alles wieder angeschlossen und entlüftet. So, Motor läuft. Benzindruck ist voll da mit 7 Bar. Der Steuerdruck ist auch in Ordnung. Öldruck ist da. Der Motor läuft einwandfrei. Jetzt lassen wir es mal warm laufen. So Roland, Motor ist warm gelaufen. Jetzt musst du ran. Du kennst das Auto noch von früher. Eine Probefahrt. Und mal gucken, ob alles dicht ist. Durchschalten. Wie das Ding funktioniert. Also wenn der Motor heiß genug ist, dann kann man ja gleich ein bisschen laufen lassen. Bremse ist schon eingefahren. Bremse musst du noch einfahren. Belegen sind neu. Scheiben sind revidiert. Genau. Bisschen einbremsen und dann kommst du noch mal rein. Dann gucken wir, ob er dicht ist. Okay. Und fertig. Alles klar. Okay. Bremse ist ein bisschen schlecht ein. Also ein Lenk untersteuern. Da muss man ein bisschen was tun. Bremse hat ein bisschen langen Weg. Das heißt, da muss man noch mal nicht lüften. Mit Power kommt er ein bisschen zum Übersteuern. Aber das ist ganz gut zum Fahren. Ja, klasse. Also Auto läuft perfekt. Motor geht richtig gut. Getriebe geht gut. Da brauchen wir jetzt noch einen Fahrer, der damit umgehen kann und das gut machen kann. Im Boxster kann das nicht sein. Ich breche nieder. Roland. Ja. Ja, Walter. Was sagst du jetzt? Dass sie dich rausgelockt haben von daheim. Ich dachte, ich fahre mit dem Auto jetzt mal Spazierer und automatisch ist das Auto nach Engelmark gefahren. Ja, da gehört es auch her. Machst du das? Ja, super. Ja, Wahnsinn. Haben sie wieder einen Vordermann gebracht. Ja, das ist natürlich eine Überraschung. Ja, Wahnsinn. Schön. Und 40 Jahre nicht mehr gefahren. Und gefahren bin ich natürlich schon seit dem 30. Alles 80 fahren wir. Ja, 81 Jahre. 40 Jahre sind schon alle. Ja, 40 Jahre. Jei, jei, jei. Und dann, wie du da unten wegfahren bist. Aber was ist denn da? Da lebt doch keiner mit einem Sportwagen da drunten. Weck heran. Aber das waren doch Gewichte von Autos, gell. Das ist davon kannst du halt bloß noch träumen. Tja, was machst du jetzt? Staunen. Staunen? Staunen vor allem. Neue sitzen müssen wir mal jetzt. Ja. Bist du dein 40 Jahre jünger, gell? Das Auto war praktisch der Start, wo meine Verbindung offiziell zu Porsche zustande kam. Und da muss ich sagen, da bin ich natürlich dankbar, weil ich mir dieses Auto, diese Tür geöffnet habe, um zu Porsche zu kommen. Denn ich war ja mein Leben lang schon großer Porsche-Fan. Und da bin ich natürlich dem Auto vor allem auch dankbar, dass das der Türöffner war für mich. Also ich kann euch nur noch mal sagen, also erstmal war ich unheimlich überrascht. Und ich hoffe, dass ich da nicht allzu viel Arbeit gemacht habe, dass das Auto wieder vordermachen. Weil ich habe nie geglaubt, dass es jemals noch mehr auf die Straße kommt. Das ist wohl wahr. Also du weißt ja selber, wir haben rund 700 Fahrzeuge in unserem Bestand. Und das war ein Auto, das wir, was uns alle irgendwie am Herzen gelegen ist, den dir noch mal irgendwann mal, wenn er fahrfähig ist, unter den Hinterzuglemmen, dass du ihn einfach mal auch wieder artgerecht bewegst, wie er war. Und ich finde, wir haben heute hier ein sehr, sehr authentisches Auto, das nicht überrestauriert ist. Und ich glaube, für dich so die Idealfall ist. Ja, das ist wirklich für mich eine Zeitreise zurück, 40 Jahre zurück. Da sitze ich rein und das klingt so, das Schalthebel ist so, die Lenkung ist so. Also das ist alles, war wirklich toll. Und da muss ich sagen, muss man auch den Jungs, die da geschraubt haben, sagen einen schönen Gruß und tausend Dank, dass ich das noch mehr erleben dürfte, dass das Auto wieder auf der Straße ist. Das war damals so ziemlich das erste turbo-motorisierte Rallye-Auto. Und man weiß ja, dass beim Rallyefahren lebt man durch großen Wert darauf, dass man unten schon Power hat. Und das war natürlich mit dem Turbo am Anfang nicht ganz so einfach. Außerdem war es natürlich auch dieses Trans-Achsel-System. Wir haben uns viel versprochen, weil man ein bisschen bessere Traktion hat, weil das Getriebe an der Hinterachse ist. Und so haben wir von Lauf zu Lauf, haben wir das Auto immer besser gemacht. Ich glaube, bei der ersten Rallye ist irgendetwas abgebrochen. Da sind wir dann, glaube ich, zweite geworden. Und einmal sind wir ausgefallen bei der Hunsrück, da ist auch von der Vorderachse was abgebrochen. Aber sonst haben wir jeden Lauf sofort gewonnen gegen wirklich die etablierten Leute. Wenn der in der Rallyefahrenат sich noch einруго Frau da noch im Kopf Haken. Das ist eine kleine movimiento der erstenması Schöpfle-Baseh'de, weil es sich irgendwie auch nicht egal ist. Erinn, das Korte besser wäre ges響! Ich glaube, bei der siehe ist ein bisschen angenehm.